Was geht Leute? Ich bin's, euer Flushitzort und herzlich willkommen zu meinem brandneuen Part von Mario Kart 8. So, okay Leute, dann machen wir mal weiter mit dem Grand Prix und ja, ich wollte ja, ich würde ja gerne weiter mit den DHT-Strecken machen und ich werde mir mal diesmal wieder den Lemmy nehmen. Weil der Standard passt, also für mich und ja, okay. Das ist also ein neues Fahrzeug, was wir freigeschaltet haben und nö, das nehmen wir nicht. Natürlich Slick, weil es ja Standard ist, ne, für den Pro. Ne, komm. Ähm, so Leute, dann wollen wir mal mit dem, ach, ah ja, okay. Dann wollen wir mal mit dem Triforce Cup weitermachen. So, okay, ja. Wir wollen hier nicht trödeln, ne. Ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich denke mal, dass ich, ähm, Vorrat, ähm, halt, äh, bringen sollte, weil ich hab ja wenig Zeit dann und so, also wenn die Woche dann anbricht und so. Und, ja, das ist halt eigentlich gut, ne. Wenn man keine Zeit hat oder so oder wenn man wirklich keinen Bock hat aufzunehmen und ja. Varios Goldmine aus, ja, ähm, bekannt, ja, von Mario Kart 3. So, okay, dann wollen wir mal. Ach, ne, ich wollte doch ein anderes Karten, also, ja, ich wollte eigentlich nicht den Blue Falcon nehmen, aber egal. Ich hoffe mal, dass es so auch okay ist. So, schön ges- oh, okay, das war schön. Auf wei hoppen. So, okay, das ist doch sauber. Also, okay, ja, wie soll ich sagen, ich, ähm, nehme heute schon die drei Cups, also, ich nehme schon wirklich, äh, drei Cups heute hintereinander auf und, ja, also, ich gebe halt schon Gas, so ein bisschen so mit den Parts und, ja, okay, das wird gerade knapp, aber, he, geht ja alles sehr gut und, was, okay, ja. Ich bin getrunken, äh, wie man gerade sehen konnte. So, okay, ja. Also, ja, das ist Standard so, ne, 200 CCM immer Kleingewicht nehmen. So gehört sich das. So, ach, guck mal, man kann, ach, du Scheiße, was war das, Leute? Habt ihr das gesehen? Alter! Was war das denn, ey? Heftig, okay, ich weiß auch nicht, äh, ob das so ein kleiner Shotcut war oder so. Lol, äh, ich weiß gerade nicht. Ja, ich bin nicht so, ja, aber das sah ein bisschen episch aus, ein bisschen, äh, so, okay. So. Und erster. Okay. So, ja. So gehört sich das halt. Also, bis gleich, Leute. So. SNS. Regenbogen Boulevard. So, okay. Ja, es ist natürlich gefährlich, ne, wenn man... Ja, okay. Es ist nicht einfach, ne? Denke ich mal, so auf 200 CCM. Und... Ja, ich werde wahrscheinlich ein paar Mal runterfallen. Mit Sicherheit. Wenn ich ja nicht... Okay, ich muss schon konzentriert sein. Auf jeden Fall, Leute. Also, ich darf keinen Stunt ziehen oder so. Einfach wirklich die Ideallinie, Leute. Und... Ach, du Scheiße. Okay, das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich. Ich denke mal, ich werde auch das Commentary ein bisschen, äh... Ja, okay. Benachlässigen? Nein, natürlich nicht. Ich muss nur einfach am Ball bleiben, wisst ihr? Und... Scheiße, das war knapp. So. Oder dem hier hat es auf jeden Fall drauf, ey. Obwohl da kein Poshark der ist, und... Okay. Also, mir fällt das schon auf, dass die, ähm, runterfallen, die, äh, meisten. Auf der Karte sieht man das da voll, ey. Echt. Leute, also das ist echt auf 200 CCM. Echt ne assi-Strecke, ganz ehrlich. Das sieht man echt, Leute. Wie die runterfallen, ey. Guck mal, wie die runterfallen, ey. Das ist so lol, Leute. Da krieg ich echt einen Vorsprung, Leute. Da könnte ich die locker überholen, ey. Guckt euch das mal auf der Karte an, ohne Witz, ey. Echt. Heftige Typen, ey. Das ist einfach runterfallen, ey. Okay. Sauber, auf jeden Fall. So, Polarkreis-Parcours. Okay. So, da sehen wir mal. Ja. Okay. Ja, komm. So, drittes Rennen. 3, 2, 1, go. So. Ja, Leute, also, ja. Ich weiß ja nicht, aber... Ja, ich würde ja mal gerne so eine Frage stellen, so. Ja. Oder nee, nein. Keine Frage, sondern, ähm... Ja, mit der Facecam. Ja, wenn ich jetzt die 250 Abonnenten geknackt hab, ja. Wie soll ich sagen? Ja, hab ich ja mal in einem Infovideo mal mitgeteilt. Und, ja, ähm... Ich weiß nicht so, ob das überhaupt geht mit der Facecam. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit und, mein Gott, der Baby Luigi will mich hier ficken. Also, ja, wegen der Facecam. Ich muss überlegen, so. Weil, mit meinem Handy ist das wirklich eine saubere Qualität. Also, da ist... Das ist halt nicht so verschwommen oder so. Also, so, halt. Mit modernen Handys ist es halt normal, so. Standard. Eigentlich. Und, ja, der Blue Shell. Geil! Geil! Kommt zu Papa, ey. Genau. Kommt zu Papa. Echt? Oh Mann. Echt. Ja, also, mit der Facecam, Leute, muss ich gucken, äh, wie ich, äh, ob ich wirklich... Mit meinem... Also, mit meinem Handy habe ich wirklich Probleme. Und... Ja, also, es liegt jetzt nicht... Ja, irgendwie, ja, habe ich ja schon gesagt, so, irgendwie... Also, die Qualität ist wirklich, ja, noch gut, sage ich mal. Und, ja, falls ihr euch fragt, so, warum... Warum mit meinem Handy, also... Okay, boah, durchfeuern, ob mal habt ihr das gesehen, Alter. Ich habe den gefickt, ey. Geil. Okay. Alles klar. Also, ja, jetzt bin ich... Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Ja. Dann bis gleich. So, die letzte Strecke. Hyrule Piste. Oder Hyrule. Ich weiß gerade nicht, wenn man das richtig ausspricht, aber... Ist auf jeden Fall die letzte Strecke. So. Okay, komm. Ich bin heiß. Versteht ihr das? So. Okay, komm. Nein, natürlich. Ah, ich habe zu lange... Ah. Dass man das nicht selber nach... Ach, du Scheiße. Okay. Na ja. Verkackt einfach nur. Oh, Knochenbauer, ey. Fuck, bau nicht ab hier, ey. So, guckt dir das mal an. Ich habe den Riesen einfach überholt. So. Und... Und... Ah, guckt euch das an, alter... Junge. Ich glaube, dass ich... Ich bin ein Knirps und ich bin stolz, ja. Ganz ehrlich. Und ich weiß, dass ich ein bisschen zu weit am Mikrofon war und... So, okay. Na, komm, alter. Zumindest nicht die letzte Runde. Komm. Äh, einfach so. Und ja. Das war jetzt auch nicht so schlau, die Kurve. So, komm. Na, die Computerspieler, ey. Können sich mal eine Scheibe abschneiden, ey. Wie ich... Vorher, ey. Echt. Na ja. Können wir das auch programmieren, ey. Äh, Japaner... Japaner und WTF. Okay. So, Leute. Jetzt kommt nur noch eine Kurve. Verfickte Kurve. Und natürlich... Wie ein Hurensohn genutzt, ey. Meine Fresse. Wie ein Hurensohn, habe ich gesagt, ey. Das ist doch echt nicht normal, Leute. Echt. Guck mal, Leute. So, in der letzten Kurve, wisst ihr... Da habe ich das echt so locker gesehen. Echt. Alter, das war echt... Das war so meine Schuld, Leute. Richtige meine Schuld, ey. Das... Das... Ich habe einfach, wie soll ich sagen, so ein gutes Gefühl gehabt, ey. Das habe ich so locker, ey. Echt. Scheiße, Mann. Aber... Nein, natürlich. Ah. Man muss sich nicht so unterschätzen, natürlich. Ja, ist so klar. Ja, dann kriege ich... Nur zwei Sterne, leider. Egal. Ich will nur noch das Ergebnis sehen. So. Okay. So. Kurz Rückblick. Jo. Okay. Boah, ey. Der Baby Luigi, der wollte feuern. Aber sieht man das einmal, wie ich da überhaupt dann im Ziel fahre? Wartet mal. Das sieht man vielleicht einmal. Wie ich den Baby Luigi dann gefickt habe. Guckt. 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 Habt ihr es gesehen, Alter? Heftig. Heftig. Okay. Geil, ey. Okay. Das wollte ich auf jeden Fall noch... Ja. Noch so lassen, ne? Also, jo. Das war's dann, Leute. Mit dem Part. Und... Ja. Okay. Naja. Trost. Mit zwei Sterne. Okay. Ist nicht schlimm. Ja. Dann, Leute. Dann werde ich jetzt mal den Part beenden, Leute. Ich hoffe mal, dass euch der Part gefallen hat. Und, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Bis beim nächsten Mal.